hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren let's play stranded deep ja okay beim letzten mal wie gesagt der 0.003 ist rausgekommen 03 wir sind jetzt hier auf einer einsamen insel und ich wollte habe hier beim letzten mal dieses schöne ding da gebaut und ich wollte mir jetzt kommen besorgen ich war der meinung ich hatte in den lampen vielleicht aufgenommen weil ich keinen platz mehr hatte das kann durchaus sein da werden wir das jetzt mal eben tun wenn die da noch liegt ich glaube sie liegt noch da nein da hatte ich die ins frack geschmissen das kann durchaus auch sein ich weiß es echt nicht mehr aber man muss es irgendwo kram geben machen uns kurz auf die suche nach krabben um mal zu testen ob unser feuer so funktioniert wie der bezos ist mir empfohlen hat beziehungsweise wie es sein ja sein 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 info video uns gezeigt hat was er da gemacht hat dass es könnte die video zum thema grillen barbecue so ich nehme jetzt immer diese form und werfe die mal da drauf mal gucken ob das funktioniert und ob wir dann wirklich dreimal die mikrowelle hören denn man sollte sie auch drauf werfen und nicht daneben wenn ich jetzt drauf springen was soll denn das hast du ein krampf oder was da muss ich glaube ich muss noch ein leiter reinbauen da kommt da nicht hoch so kann ich da nicht drauf werfen ich brauche glaube ich noch eine leiter ne er wird sie nicht drauf warten jetzt bin ich zu weit nein haben wir eine wieder runter aber ich habe eine wieder runter geschmissen zwar das auch runter gefallen also das muss ich noch mal üben weil ich das mit diesem hochgespringen da muss man glaube ich mehr anrufen so es wird hier noch mal dazu und die mal da rein genau ich kann sie abziehen wo ist die andere in der fangeln noch mal eine da so jetzt lege ich die hier mal aufs barbecue grillgerät drauf hallo willst du nicht heute hast du keinen bock so legen wir die mal hier dabei mal gucken ob wir drei mikrowellen geräusche hören ich bin echt gespannt also es brutzelt schon mal man hört dieses brutzeln und dann lassen wir das so als feuerstelle legen wir ganz kurz noch was nach einmal hat es schon mal geklaut das sagt dann eigentlich die uhr geht das eigentlich auch mit dem wasser einmal sea water bucket ich guck mal ich warte mal hab die ist gekocht die ist noch ruh und die ist noch ruh derzeit finde ich noch mal kurz ein baum weil ich brauche mir auch feuerholz ah also zwei nochmal geklingelt also die tipps von bezos die wirklich die versprechen das was naja die halten das was er verspricht und die kokosnüsse fallen genau dahin wo wir sie hin haben wollen fast so mache ich die palmer platt ach es hat zum dritten mal geklingelt also das was der bezos da macht das hat wirklich handeln es ist nicht erfunden und man kann es wirklich zu hause nachmachen und testen finde ich wirklich toll ohne den bezos wäre ich total aufgeschnitten und ich nehme das ganze jetzt mal und lege das hier unten mal in mein feuer rein dann wird es auch wieder mehr so und jetzt können wir die gekochten krabben aufleben und lecker verzehren und mann und mann und mann und jetzt probiere ich das ganze mit dem eimer vorsichtig nicht auskippen aber ist schon leer ne jetzt stehe ich mal den eimer da drauf und gucken ob das auch funktioniert und ob das wasser da drin gekocht wird wenn nicht dann bauen wir uns nochmal eine zweite feuerstelle das ist ja kein problem wo ist jetzt mein axel wir können da nochmal eine bauen das wäre jetzt nicht das tragische da dran eine wo man den eimer richtig einhängt so jetzt haben wir hier schon ein bisschen äh palmwedel und dann können wir uns hier vielleicht ein bett bauen und dann nehmen wir das hier doch als hupen ich wollte eigentlich woanders sind aber wir haben wir jetzt schon alles was wir so relativ zum überleben brauchen ja was denn willst du nicht heute jetzt ähm wir haben was zu essen wir haben was zu trinken wir haben einen kleinen barbecue grill a la bezos bezos zu tun wenn ihr ihn nicht kennt dann guckt mal auf seinen channel und ich weiß nicht ob das mit dem eimer funktioniert ist noch seewasser mal gucken ich sag die uhr geht noch wir haben noch ein bisschen wasser an der flasche dabei also bevor ich jetzt nach so einem ding ins baue können wir erstmal das trinken oder hier die ganzen kokosnüsse gehen jetzt auch eine menge rum ah ne es hat funktioniert selbst mit einem eimer funktioniert ist ich bin begeistert ich kann mich gar nicht halten ich weiß nicht was ich dazu sagen soll man kann so ohne öffentlich großartigen sachen ein ein grill bauen und kann dort alles drauflegen und äh sozusagen kann ich den jetzt eigentlich auch nehmen und kann da mal ein schluck draus trinken so dann kann ich den wieder hinstellen ohne dass er umfällt hoffe ich jedenfalls dass ich das hinkriege ich mach das mal ganz vorsichtig und der ist noch stehend so ok wir haben wir fresh water wir haben dies wir haben das äh jetzt schmeiße ich mal das dahin dass wir uns immer ein bisschen was bauen können vielleicht können wir auch in diese geschichte unser hoes links rumbauen müssten wir zwar immer wieder raus um feuer zu machen aber das wäre jetzt eigentlich auch nicht das problem an der sache äh support kann ich bauen ne ich wollte aber lieber gerne ähm eine foundation um zu gucken ob das funktioniert wir haben da hinten eine insel wir haben da eine insel die insel sieht näher aus aber hier war da irgendwo noch ein frack ich nehme mal ganz kurz meine machete und guck mal wo hier das fach war das war irgendwo hier daneben und ich hoffe ich treffe nicht auf einen Hai das was da drin ist das müssen wir auch noch ausräumen und die engine für den motor naja die ist halt jetzt flöten gegangen aber ich kann es nicht ändern vielleicht finde ich das dinge auch wieder hä wer hat das denn vorne geglubbelt ach hier hier ist es doch so da kommen wir mal hier rein ganz schnell wo war hier jetzt die tür so hier ist die tür und hier ist eine bindel was haben wir noch stars und paddel schon wieder eine öl kann also ein ach benzin kanister ich muss mal ganz schön auftauchen der rand wird schon ein bisschen dunkel und ich habe schon wieder keinen platz im inventar ich werde das jetzt mal ganz kurz alles beiseite werfen wir haben noch kein lager oder sowas aber äh mein feuer brennt noch aber erstmal irgendwie so eine sammelstelle für zeug nämlich hier mal das mit dem baum das brauche ich nicht mehr das brauche ich nicht mehr den lege ich hier dazu noch nicht ins feuer werfen weil ich habe momentan nichts das ist fertig die nehmen wir gleich ab und jetzt gehen wir nochmal hin wir werfen das dahin mit das getümmel gucken wir mal auf die uhr uns geht es gut wir könnten eigentlich noch was essen da nehme ich mal die krabbe und äh das ist immer wir wollen irgendwo dann noch krabben da kann ich noch mal ein paar jagen und was machen wir jetzt ich würde sagen äh wir gehen dann halt nochmal das rack rein hier sind die krabben da können wir die dann verzehren nochmal ein paar fangen die hier sind auch gut aber die muss ich glaube ich äh killen ah nee es geht nur mit einem speer muss ich mir gleich ein speer bauen um um mir ein paar fische zu fangen dass wir die mit krähen können das will ich mal gucken was hier noch drin war hier der hammer den nehmen wir auf jeden fall mit weil die sind stabiler toolbox war da noch was drin nein das haben wir schon rausgenommen paddel noch ein paddel die kartoffeln die sammeln ich mal wieder ein und hier ist auch nichts drin okay hier haben wir alles so und irgendwo da hinten war halt irgendwie noch ein wenn ich die kartoffel mit so uns feuerwerken noch vorsichtig gegen den hammer stoßen so nein nicht die maräte ins feuerwerken mensch kartoffeln so jetzt ziehen wir die hier vorsichtig rein hier möchte ich dann so eine zwei na zwei äh drei und die vierte die müsste ich eigentlich noch ein bisschen weiter so wird das auch funktioniert und jetzt bauen wir uns erstmal ein schwerer dazu brauchen wir einen stein hier haben wir noch einen stein äh den machen wir jetzt klein ich weiß nicht ob das funktioniert mit diesem hin und her gewerke ich weiß dass es funktioniert bei bei äh kokosnüssen mal gucken wo soll dann ich weiß nicht ob es funktioniert ok 1 2 3 kartoffeln sind fertig weiß dass irgendwie mit kokossoße funktioniert wenn man hier irgendwie auf stein schlägt aber ich glaube bei stein dann geht das nur so ich weiß jetzt auch nicht so dann nehmen wir uns den stein mal mit ok das waren die fertigen kartoffeln aber nein kein kein nein ich hatte kein campfire aber dafür brauche ich nochmal ein seil ja ich glaube schon da brauche ich nochmal ein seil nochmal dafür müssen wir nochmal gucken ob hier irgendwo noch was wächst hier ist ja auch noch ein frack und ich glaube das zweite der zweite joker die zweite joker panne war hier und die ist leider noch nicht fertig das heißt ich muss erst mal kurz eine kokosnuss benutzen so groß die werfen wir jetzt sehen und wenn die nein du sollst doch nicht so wenn dann halt das fertig ist dann werden wir da uns gleichen sperr bauen und jetzt erst ich die erst mal die kokosnuss also wie gesagt dass sie mit das cockpit potato also man kann ja wirklich so ein griffen packen und dann kann man sich ja sein wohngebäude daneben bauen vielleicht krieg ja schon von der nähe habe ich nur fünf sticks ich bräuchte aber und hier ist nicht wirklich viel zu holen vielleicht ziehe ich auch noch mal um was die palmer ein bisschen wachsen was ist da drüben so eine einsame lieben jedenfalls lasse ich die die palmer ein bisschen wachsen und holen wir vielleicht woanders noch mal ein bisschen holz oder ich versuche noch ein glück mit dem palm reiten hier gibt es auch noch krabbeln und ein halbes holzfass ich könnte es eigentlich mit dem ich das schaffe noch schnell zu dieser insel zu schwimmen das ist jetzt dürfte eigentlich nicht zu lange dauern weil die insel ist sehr nahe ich hoffe nur ich begegne kein haye oder irgendwelchen anderen gewichts weil sonst hätte ich ein problem ja da können wir ein bisschen palmreiten machen und vielleicht aber zum abtauchen aber es ist um hier ist ja noch relativ riff alles und vielleicht finden wir hier irgendwann fragt was man lassen das war keins also hier ist noch alles relativ früh ich hoffe ich habe meine insel noch im blick glaube es wird das können wir dann gleich sehen wenn wir zurückkommen wenn ich da müsste unsere neuen sasoren hahaha aber ich bin eigentlich der mein ich bin ja gerade durchgestattet wäre sobald noch und man sieht keine danach ist schon tiefer grund ja da haben wir schon die habe ich eigentlich jetzt nach dabei und ich meine kräften die palmen und reiten auf der fremde hose b der weg ist weit der weg ist wirklich weit mit euch in der zeit irgendwie eine tüte oder irgendwas und erst mal jetzt auch ich habe mir gemüse chips nur die kinder schmecken total schrecklich einige davon besser als dieser frittierte krempel ja du kannst auch mal ja hier sind absolut nicht aggressiv weil der hat mich jetzt auch nicht angegriffen weiß gar nicht was man hier hat wie kommt man denn darauf dass aktiviert als dass die hier so aggressiv sehe ich aus wie ein surfer oder was hier ist ein stark ich blute und das ist ein problem ich komme mir anscheinend noch ein hier ist antibiotika noch ein teil noch eine axt die axt die hätte ich gern dafür werfe ich auch die sticks weg weil damit kann man schön die haie was hier noch einmal ich glaube einer reicht uns oder wir trinken erst mal kurz die flasche leer gehen bis in die umweltverschmutzung indem wir die einfach hier mal hinwerfen mache ich normalerweise nicht aber in dem falle muss das mal sein und so ich mir mal eine schöne große palmer aus die hier und auf der reiten wir dann nach hause und wenn wir dann zu hause angekommen sind ich habe verdammt welche rechte mal als insel weil manchmal bin ich echt so gut ich glaube ich war die da doch mal gucken ob das hier noch funktioniert so richtungswechsel leichten richtungsleichten sagte leicht folgen könnte jetzt auch etwas länger dauern ich brauche einen verband und ich glaube es war die insel und da reiten wir uns auch mal hin es funktioniert und ich hier nicht als von der palme runterfallen so oder die sich durch irgendwelche sachen wegdreht ja sie dreht sich weg und ich habe hier ein haie an bord und ich krieg's schon wieder nicht hin und werde glaube ich gleich vom haie getren gefressen aber das kann mal passieren so ja das wurde klar ja da geht es schon wieder jetzt sind es auch noch an zu regnen ich werde jetzt einfach mal gucken ob ich hier irgendwie jetzt mit der palme ich glaube ich werde sterben ja ich werde zurückstehen ganz schnell bevor der heilig komplett verliegt kommt schnell also der erste tag ist ja schon wieder da ja jetzt jetzt läuft der hohe jetzt wo soll ich wieder hochlaufen ich brauche unbedingt verbandszeug so und jetzt riecht mir die palme noch mal in diese richtung so hinten rum und ich würde sagen ich bin jetzt erst mal die folge um die sehen ist dann der nächste und dann können wir sehen ob ich es geschafft habe oder ob ich es schaffe mit dieser palme irgendwie nach da drüben zu kommen und dass der heiliger sagt so wenn es euch gefallen hat hinterlasst es mir in den kommentaren da gibt mir einen daumen hoch wenn es euch gefallen hat halt und abonniert meinen channel wenn noch mehr sein wollt danke für die zukunft bis zum nächsten mal tschau tschau